Vor langer Zeit, als die Erde entstand, tat sie dies mit einem Großteil der Elemente, die wir heute im Periodensystem kennen. Sogar mit Elementen, die heute gar nicht mehr in der Natur zu finden sind. Das liegt daran, dass diese in der Natur verschwundenen Elemente radioaktiv sind und deren kurze Halbwertszeit dafür sorgte, dass sie zwischen dem Zeitpunkt der Entstehung dieses Elementes und dem potenziellen Finden durch schlaue Menschen komplett zerfallen sind. So gibt es heute keine natürlichen Quellen an Plutonium mehr. Selbst wenn es zum Zeitpunkt der Entstehung der Erde vorhanden war, mit einer Halbwertszeit von 80 Millionen Jahren hat kein Plutonium-244er Atom die 4,5 Milliarden Jahre überlebt, die es gebraucht hat, dass Menschen existieren und nach so einen Atomen suchen. Auch Neptunium-237 gehört dazu. Die Halbwertszeit ist zwar circa 2 Millionen Jahre, aber Menschen kamen eben erst nach 4,5 Milliarden Jahren auf die Idee, chemische Elemente zu suchen. Es gibt aber einige Ausnahmen. Isotope, die radioaktiv sind, aber deren Halbwertszeit lang genug ist, dass diese immer noch nicht vollständig zerfallen sind. Diese Nuklide nennen wir primordiale Radionuklide. Sie sind radioaktiv, aber langlebig genug, dass sie heute noch auf der Erde zu finden sind. Die besten Beispiele dafür ist natürlich das Uran-238 mit 4,4 Milliarden Jahren Halbwertszeit. Dazu gesellen sich noch Uran-235 mit 700 Millionen Jahren und Thorim-232 mit 14 Milliarden Jahren Halbwertszeit. Das Uran-235 ist da sogar noch recht kurzlebig, aber es braucht ja die 10-fache Halbwertszeit, bis nicht mehr nennenswerte Mengen vorhanden sind. Und da sind wir dann wieder bei 7 Milliarden Jahren, was länger als die 4,5 Milliarden Jahre sind, die die Erde bereits existiert. Die zu messen wäre allerdings langweilig, die kennt man doch bereits. Heute geht es um die etwas exotischeren, primordialen Radionuklide. Kalium-40, Rubidium-87, Lutetium-176 und Renium-187. Also was brauchen wir dafür? Kalium-Chlorid, Rubidium-Chlorid, Lutetium-Oxid, Ammonium-Perinat und einen ULLT-Zintillations-Cocktail. Die Elemente sind alle extrem langlebige Beta-Strahler, deswegen werden sie am LSC vermessen. Was da zu beachten ist, habe ich im passenden Video über das LSC angesprochen. Auf den Zintillator gehe ich in der Theorie weiter nochmal ein. Nun dekontaminiere ich noch die Valz von außen mit Ethanol. Nicht, dass sie kontaminiert wären, aber bei solchen Messungen muss man einfach auf Nummer sicher gehen. Rein ins Messgerät und nun können sie für über eine Woche vermessen werden. Bevor ich euch das Spektrum zeige, gehe ich nochmal kurz darauf ein, wie so ein Spektrum am LSC zustande kommt. Wir haben ein radioaktives Präparat, das zerfällt. Die Energie der ausgesendeten Beta-Teilchen regt Moleküle des aromatischen Lösemittels an und die stoßen gegen Sintillator-Moleküle. Diese haben nun überschüssige Energie und senden diese in Form von Licht ab, das von Detektoren gemessen werden kann. Es gibt drei Photodioden, die im 120 Grad Winkel um die Probe angeordnet sind. Die Anzahl der Photonen, die das Sintillator-Molekül aussendet, ist direkt korreliert mit der Energie des Beta-Teilchens. Warum braucht es jetzt einen Ultra-Low-Level-Tritium-Sintillator? Naja, es kann ja auch sein, dass der Sintillator an sich radioaktive Isotope enthält. Bei der Struktur könnte man beispielsweise C14 oder eben Tritium erwarten. C14 ist längst zerfallen, da der Flüssig-Sintillator aus Erdöl gewonnen wird, was C14-technisch komplett tot ist. Und dann hat man eben noch ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen, um sicherzugehen, dass auch die Wasserstoffatome nicht radioaktiv sind. Das ist wichtig, da die gemessenen Proben Halbwertszeiten im zweistelligen Milliardenbereich haben. Zusätzliche Radioaktivität vom Cocktail würde die Messung signifikant stören. Und dieser Sintillator kann auch gut mit höheren Salzkonzentrationen. Also in dem Fall 100 Milligramm auf 6 Milliliter. So, gucken wir uns mal die Spektren an und ich erzähle noch ein bisschen zu den Nukliden. Angefangen mit Caldium 40. Caldium 40 hat eine natürliche Isotopenhäufigkeit von gerade einmal 0,0117%. Ist primär ein Beta-Minus-Strahler mit einer Halbwertszeit von 1,28 mal 10 hoch 9 Jahren. Und einer maximalen Beta-Energie von 1310 Kilo Elektronenvolt. Sowie einer durchschnittlichen Beta-Energie von 560 Kilo Elektronenvolt. Es macht allerdings auch einen Elektronen-Einfang und zu ganz, ganz kleinen Teilen auch ein Beta-Plus. Das Orangene sind die Dreifach-Koinzidenzen. Ganz stark runtergebrochen. Das sind unsere wichtigen Signale des Caldium 40-Zerfalls. Das Dunkle da unten ist unser Blank. Also die Leermessung. Was wir hier ganz weit rechts sehen, ist auch vom Caldium 40. Nur da sind die 1460 KV-Gamma-Quanten, die von außen vom natürlichen radioaktiven Untergrund kommen, durch die Detektorwand rauschen, genau darin einen Fotoeffekt machen und so für weitere Signale sorgen. Es wurden 204 Milligramm Caliumchlorid für die Messung verwendet. Und darin konnten wir eine Aktivität von 3 Becquerel an Calium 40 messen, was 7% unter dem errechneten Wert liegt. Als nächstes hätten wir Rubidium 87, das macht 28% aller natürlich vorkommenden Rubidium-Atome aus und macht zu 100% einen Beta-Minus-Zerfall zum Strontium 87. Das macht es mit einer Halbwertszeit von 4,8 mal 10 hoch 10 Jahren und einer maximalen Beta-Energie von 282 Kilo Elektronenvolt sowie einer durchschnittlichen Beta-Energie von 81,7 Kilo Elektronenvolt. Also der Anteil an radioaktivem Rubidium im Rubidium ist schon wesentlich größer als der von Calium 40 im Kalium. Da die Beta-Energie vom Rubidium 87 wesentlich niedriger ist, habe ich hier die Dreifachkoinzidenzen in Rot markiert und die Doppeltkoinzidenzen in Blau. Habe ja vorhin erwähnt, dass das LSC drei Fotodetektoren hat und wenn nur zwei der drei gleichzeitig etwas messen, nennen wir dieses Ereignis eine Doppeltkoinzidenz. Meist ein Zeichen für niederenergetische Zerfälle, so wie hier eben beim Rubidium. Es wurden 289 Milligramm Rubidiumchlorid verwendet und wir konnten eine Rubidium 87 Aktivität von 170 Becquerel messen, was 3% unterm errechneten Wert ist. Lutetium 176 G ist zu 100% ein Beta-Minus-Strahler, zerfällt mit einer Halbwertszeit von 3,8 mal 10 hoch 10 Jahren zu Hafnium 176. Dabei sendet es Beta-Minus-Teilchen mit einer maximalen Energie von 593 Kilo Elektronenvolt und einer durchschnittlichen Energie von 182 Kilo Elektronenvolt aus. Es hat einen natürlichen Isotopenanteil von 2,6%. Was wir hier sehen, sind die Dreifachkoinzidenzen in Rot und die Doppeltkoinzidenzen in Blau. Darunter liegt noch der Blank und irgendwie ist das ja verschoben. Das ist damit zu erklären, dass 329 Milligramm Lutetiumoxid genutzt wurden. So hohe Salzkonzentrationen, die sorgen für einen Quench. Was das ist, erkläre ich im Video übers LSC genauer. Es konnten 16 Becquerel Lutetium gemessen werden, was 1,6% über dem errechneten Wert liegt. Darüber? Tja, die Literatur ist einfach falsch. Okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Die Halbwertszeit von Lutetium 176 hat in der Literatur eine Ungenauigkeit von plus minus mehreren Millionen Jahren. Und bei uns wurde über die letzten zwei Jahre die Halbwertszeit davon viel genauer gemessen. Aber diese Halbwertszeit konnte ich nicht für die Rechnung nehmen, da das Paper dazu noch nicht veröffentlicht wurde. Jetzt ist diese eine Messung fürs Video natürlich nicht von hoher Aussagekraft, was die Halbwertszeit von Lutetium angeht. Alleine schon die Zählstatistik. Wir haben gerade einmal 12 bis 24 Stunden Messzeit für dieses Video gesammelt. Und die Quelle, die ich für die Isotopenhäufigkeit genutzt habe, ist bestimmt auch fehlerbehaftet. Aber auf die Messung der Halbwertszeit von Lutetium kann ich bestimmt in einem anderen Video nochmal eingehen. Zu guter Letzt noch das Renium 187. Das ist auch ein Beta-Minus-Strahler. Zerfällt mit einer Halbwertszeit von 5x10 hoch 10 Jahren zu Osmium 187. Und ist ein unfassbar niederenergetischer Beta-Only-Strahler. Mit einer maximalen Energie von gerade einmal 2,6 Kilo Elektronenvolt und einer durchschnittlichen von 0,6 Kilo Elektronenvolt. Was mich aber am meisten schockiert hat, ist der Isotopenanteil von 62,6%. Das heißt, mehr als die Hälfte aller Renium-Atome sind natürlich radioaktiv. Von wegen wir üben an Renium die Chemie des Technetiums, weil das nicht so radioaktiv ist. Mehr als die Hälfte aller Renium-Atome ist radioaktiv. Es ist ein Wunder, dass wir das überhaupt messen konnten, da man mit so einem niederenergetischen Strahler wirklich an die technischen Grenzen des Gerätes kommt. Das hier in Orange sind nicht die Dreifach- sondern die Doppelkoinzidenzen. Zusammen mit der Lehrmessung. Jetzt setze ich das Ganze mal ins Verhältnis zu den Dreifach-Koinzidenzen und das da. Diese kleine Differenz der Dreifach-Koinzidenzen zum Untergrund. Das ist unser Renium-187. So wurden 100 Milligramm Ammonium per Renat verwendet. Es konnte eine Renium-187-Aktivität von 6 Becquerel gemessen werden, was 96% unter dem errechneten Wert liegt. Natürlich gibt es noch viele weitere primordiale Radionuklide, nur die haben meist längere Halbwertszeiten, die dann im LSC nicht in einer angemessenen Zeit zu vermessen wären. Ich mache hier keine 6-monatigen Messungen nur für ein YouTube-Video. Sorry. Also welche gibt es noch? Okay. Ja, das müssten alle gewesen sein. Also, wenn ihr eines von diesen Elementen zu Hause besitzt, sei es in reiner Form oder als Salz, dann könnt ihr behaupten, dass ihr ein primordiales Radionuklid habt. Oder cooler, aber stark überspitzt, dass ihr etwas Radioaktives zu Hause da habt. Damit verabschiede ich mich. Tschüss.